Herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ich nehme mal an, dass hier auch wieder Gegner sein werden. Sieht aber schon cool aus. Ach, da hinten ist auch noch mal eine Quest. Ich dachte eigentlich, nee, hier geht's rum. Da können wir uns nämlich mal eben kurz noch die Scherbe holen, die man hier sehen kann. Die hier irgendwo verborgen ist. Hier, so. So, dann geht's den gleichen Weg wieder zurück. Ja, ich weiß, ich sehe hier überall leuchtende Sachen, die ich gerne mitnehmen würde. Ich versuche mich aber ein bisschen zurückzuhalten. Nur Ahnenseite, da muss ich leider verstehen bleiben. Das ist ja ihr Studierzimmer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, gehe ich mal davon aus, dass sie die Sachen auch besorgt hat. Oh, Moment, hier war aber gerade. War doch gerade was. Ah, hier. Also, denke ich mal, ja. So, das wollte ich sagen. Ich schätze, ich muss nur das Relikt so vor mich halten. Es fühlt sich fast lebendig an. Es hat geklappt. Seht, wie es leuchtet. Sehr klug. Leramil greift auf die Schicksalsströme der Ebene zurück, um das Panoptikum zu finden. Also, einen... Ah, nee, der andere ist links. Moment, was ist denn näher? Das linke wäre jetzt näher. Das müsste irgendwo hier sein. Oh, halt. Dafür muss ich auch mal kurz anhalten. So, sollte theoretisch... Ah, hier ist es ja schon. Ich muss mich auf das Volkum Obscura fokussieren. Wo kommen die jetzt auch immer her? Wenn du das weißt, wieso hast du mich nicht vorgewarnt? Moment, den Weg wieder zurück. Weil sonst kommen wir da, glaube ich, nicht hin. Oder wir müssen dann halt quer über die... durch die Pampa hier reisen. So, einmal hier. Irgendwo hier vorne müsste das sein. Ist das das, was da ist? Ach da. Ja, ich wusste, dass jetzt wieder was kommt. Das ist schön. Du hast mich eben auch nicht geschützt. Der Staub wurde angewendet. Nun zum Relikt. Oh je, es zuckte in meiner Hand. Das ist jetzt gut oder schlecht? Alles fertig. Kehren wir nun in Leramils Studierzimmer zurück und lassen wir sie wissen, dass sie fortfahren kann. Okay. Ja, ähm, das nehmen wir mit, weil das ist nämlich Ahnseide. Ich kehr da mal eben dorthin zurück und wir sehen uns sofort dort wieder. Und da sind wir wieder. Die Steingräber wurden aktiviert, Leramil. Gut gemacht. Nun müssen wir das Ritual beenden. Ich spüre das Wogen von Apokrypha. Manches hört mich, anderes versucht. Oh, Leramil, seid vorsichtig. Ich hatte es euch gesagt. Apokrypha gibt seine Geheimnisse nicht einfach auf. Es hat... Wie karger deins Sorge wird geschätzt, ist aber nicht nötig, Entsandte. Ich gehe die Geheimnisse von Apokrypha schon lange genug durch, um meine Grenzen zu kennen. Und das Ritual wirkte genau, wie ich es erhofft hatte. Doch ich könnte einen Augenblick brauchen, um meine Kräfte wieder zu sammeln. Ihr habt also den verborgenen Eingang zum endlosen Panoptikus und das Ritual wies mich in die öden nordwestlichen Regionen des Koma incognito. Ich habe dort jenen Eingang gespürt, den wir suchen. So wie die andere Hälfte des Fulcrum Obscura. Unser Feind muss den Eingang auch gefunden haben. Oder er steht kurz davor. Was sollten wir tun? Lasst mich den Ort auf eurer Karte markieren. Beeilt euch, Entsandte. Ich werde euch folgen und euch dort treffen, sobald ich sichergestellt habe, dass Vikagadain heil nach Nirn zurückkehrt. In Ordnung. Ich treffe euch dann an dem Ort auf meiner Karte. Geht in die Nordwestregion von Koma incognito und versucht selbst etwas herauszufinden, Entsandte. Ich werde euch bald schon wieder einholen. Könnt ihr mir noch irgendetwas über das endlose Panoptikum erzählen? Nur das, was ich gelesen habe. Es existiert außerhalb von Zeit- und Raumapokryphos. Vor allen verborgen. Es soll angeblich viele jener Geheimnisse enthalten, die Hermaeus Mora am strengsten hütet. Das Innere soll zudem so bizarr sein, dass allein sein Anblick Sterbliche in den Wahnsinn treibt. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Meine jahrzehntelangen Studien haben mich weitgehend unempfindlich gegenüber den Schrecken des verbotenen Wissens gemacht. Und ihr seid die Entsandte des Schicksals. Ihr solltet einen Besuch in der Taschendimension überleben können. Außerdem haben wir, um beide Ebenen zu retten, keine andere Wahl. Scoot, bitte sorgt dafür, dass Vikaga Dain sicher nach Nekrom zurückkehrt. Seine Arbeit hier ist getan. Aber wir haben noch nicht die andere Hälfte des Fulcrum Obscura. Hört auf, Lehrer-Mehl-Sterblicher. Euer Geist würde schmelzen, sobald ihr das endlose Panoptikum betretet. Ich, aber, oh, na gut. Ich kehre nach Nekrom zurück und versuche etwas über die verborgene Sippe oder Meisterin Schelreni herauszufinden. Seid vorsichtig, meine Freunde. Ach, der Arme, der tut mir irgendwie leid. Er will helfen, aber darf nicht. Nun gut, sucht nach dem Eingang zum endlosen Panoptikum. Der Aptikum, der wäre nicht auf der Karte sichtbar. Moment, wir müssen Trick 17 nehmen. Und zwar ist das ganz hinten links, wo das Auge ist. Da muss ich allerdings hinreiten, weil das ist doch ein ganzes Stück hier noch entfernt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wir sind hier in der Nähe vom Ziel... Ah, Moment, hier, glaube ich. Bei allen Foyanten von Apokrypha, wir haben den Eingang zum endlosen Panoptikum gefunden. Das Ritual hat gewirkt, Entsante. Wir haben den Eingang zum endlosen Panoptikum gefunden. Zumindest so lange, bis er sich wieder bewegt. Gehen wir hinein und versuchen wir, die verborgene Sippe davon abzuhalten, das Geheimnis zu finden, das sie sucht. Ihr meint, dass die verborgene Sippe bereits im Inneren ist? Ich weiß nicht, welcher unserer Feinde das Panoptikum betreten hat. Doch das Ritual blieb sowohl am versteckten Eingang als auch an der anderen Hälfte des Fulcrum Obscura hängen. Sie müssen das Relikt genutzt haben, um diesen Ort zu finden. Ganz ähnlich, wie wir es gemacht haben. Was sollten wir tun, sobald wir das endlose Panoptikum betreten haben? Nun gut, betreten wir das endlose Panoptikum. Macht euch bereit, Entsante. Wir sollten beide in der Lage sein, einen kurzen Besuch im Panoptikum durchzustehen. Doch das heißt nicht, dass wir die Gefahren ignorieren können. Stellt euren Geist und härtet euren Willen. Sobald ihr bereit seid, lasst uns hineingehen. Ich wollte gerade hineingehen und dann fängst du wieder an zu quatschen. Und dann kommt wieder Jesus' dumme Frage. Was denken wir, was der Feind im endlosen Panoptikum zu finden versucht? Wir wissen, dass unsere Widersacher Näheres über einen verlorenen Traum erfahren wollen. Und sie planen, einen Ritus aus einem Schwarzbuch einzusetzen, um ihn zu bergen. Doch erst müssen sie herausfinden, wo er eingelagert wurde. Ich vermute, dass sie genau das im Panoptikum erfahren wollen. Den Fundort des Traums. Und sie können ihn im Panoptikum erfahren. Das glauben sie. Und mit dem Fulcrum Obscura können sie die unendlichen Geheimnisse durchgehen, die darin eingeschlossen sind. Bis sie eben jenes finden, das sie brauchen. Wir müssen hineingelangen und verhindern, dass sie das schaffen. Ah, wir dürfen. Danke. So. Wir haben das endlose Panoptikum betreten. Aber wo sind die Katalogisierer? Dieser Hunger stammt nicht aus Apokrypha. Seht ihr, wie er das mit Öffentlichkeitssichten wechselt? Greift an, wie lange er noch verstorben ist. Seine Energie meine Geistersicht mit Kraft verbrauchen kann. Ja, genau. 20 Meter von mir entfernt. Ich habe meine Geistersicht fokussiert. Jetzt du mal stehen, feiger Hund. Tretet in den Fokus, um meine Geistersicht anzusetzen. Achso, Geistersicht. Moment. Halt. Tretet meine Geistersicht an, um genau zu treffen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe nicht zugegottet. Doch ohne meine Geistersicht, hättet ihr das wahrscheinlich nicht überlebt. Naja, komm. Also er ging beständig runter. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was er gesagt hat, ehrlich gesagt. Ich weiß, man sollte öfter mal zuhören, wenn da irgendeiner was sagt. Vorsicht, Entsandte. Ich spüre Verderbnis in der Luft. Genau. Die Boshaftigkeit erlaubt es, den verderbten Rechtern zwischen Wirklichkeitsschichten zu wechseln. Verwendet meine Geistersicht in der Nähe, um die Quelle zu finden. Achso, wäre unten gewesen, oder was? Ich glaube, wir hätten jetzt unten tatsächlich drücken sollen. Ah, gut. Gehen wir nochmal kurz runter. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt nur für den Kampf. Aber anscheinend ist das auch wichtig, um das Ziel selber zu finden. Wo war das denn? Hier. Dich haben wir vorher, glaube ich, nicht gesehen, oder? Oder kamst du jetzt nur von der anderen Seite? Kam wahrscheinlich nur von der anderen Seite, nehme ich mal an. Abgefallen! Diese Abenteurerin hier kennt keine Grenzen! Genau, Funke. Hm, wo ist denn nochmal sowas? Setzt meine Geistersicht ein! Hier ist etwas in der Nähe! Ja, Moment, Moment, ich muss erstmal vollkrones Aufzeichnung sehen. Das Rauchfass der Verderbnis ist ein Meisterwerk. Wer hätte ahnen können, dass etwas derart Mächtiges und Nützliches entsteht, wenn man den Stoff der Träume mit einer bösartigen Krankheit zu einer ansteckenden Qual kombiniert. Die Wächter des endlosen Panoptikums sind der Verderbnis erlegen, die von den Rauchfässern ausgingen. Nicht nur macht uns dies unsichtbar für sie, es verwandelt sie außerdem in aggressive Monster, die jeden attackieren, der es wagt, diesen Ort zu betreten. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das auch vor den Fürsten dieser widerwärtigen Ebene verbergen wird, aber ich werde weiter mit Meisterin Shelreni daran arbeiten, die Wirkungskraft noch zu verstärken. Während ich und Remora Torvesan nach den benötigten Informationen suchen, werden Shelreni und die Taiwani-Halbinsel zurückkehren und weiter versuchen, dem Schwarzbuch das Ritual zu entlocken. Ich dachte gerade, mich greift jetzt hier dieses Buch an. So, ist da noch was? Ah, das ist das Erste. Aha. Über uns. Okay. Da müssen wir irgendwie nach oben kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich... Sag jetzt nicht. Ach, das war dieser blöde Raum. Oh, ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst, weil ich nie genau wusste, wo ich hingehen musste. Ich habe auch... Beziehungsweise, ich hasse immer noch dieses... Äh, 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 von denen. Ich mag... Ich mag dieses Geräusch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, das macht mich total kürre. So, Moment. Hier oben. Die Frage ist jetzt nur, sehen wir den auch? Weiter über uns. Wahrscheinlich da hinten auf der Seite. Die Frage ist nur, kann ich nochmal X drücken? Und wenn... Ja, ist das dann oben auf der Ebene, dass ich X drücken kann? Ich spüre ein weiteres Auffass, dass es zu zerstören geht. Ah, hier. Okay. Moment, Moment. Da muss aber das andere doch unten gewesen sein. Bei dem Lauerer, oder? Noch ein Rauch, was zerstört. Ohne meine Geistersicht würdet ihr sie niemals finden. Gut gemacht. Der Griff, der Verderbnis wird schwächer. Tiefer. Ja, das war bestimmt bei dem einen Lauerer. Wieso habe ich das dann nicht gesehen? Ich habe den noch kaputt... Aber ich glaube, ich habe den ohne Sicht kaputt gemacht. Kann das sein? Ah, das ist natürlich ein bisschen... Ja. Moment, hier geht es nochmal runter. Die Frage ist nur, kommen wir auch da hin, wo wir eigentlich hinwollen. War das nicht hier? Hier war der Zweite, ne? Müssen wir von hier außen nochmal runter? Ah, das war jetzt wirklich doof. Ich muss den Trick den Ersten wahrscheinlich übersehen. War das nicht hier? Ja. Nee, unter mir. Ah. Unter mir in der Mitte. Die Frage ist nur... Ach, ganz am Anfang. Hä, wie konnte ich den denn übersehen? Ja, man lernt nie aus, ne? Das war das letzte Rauchfass. Die Verderbnis sollte nun von allein vergehen. Hallo. Verderbnis verfliegen. Unterhalten wir uns. Was auch immer ihr getan habt, zeigte Wirkung. Die Verderbnis wird mit jedem Augenblick geringer. Den Notizen von Vollniskrone zufolge setzen sie die Verderbnis als ein Mittel ein, um nicht entdeckt zu werden. Wollen sie so dem Blick des Wissenden entgehen? Versteht ihr, was Vollniskrone's Verderbnis bewirrt? Ja, es macht sie unsichtbar, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube schon. Er hat irgendwie die Macht der Träume mit der Macht der Pestilenz verbunden, um zwischen Schichten der Wirklichkeit zu wechseln. Sie sind hier, aber auch nicht hier. Die Macht des Rituals, das wir verwendet haben, um das Panoptikum aufzuspüren, hat sich noch nicht verflüchtigt. Wir können sie nutzen, um jenen Teil des Fulcrum Obscura zu finden, den Torwesat und Vollniskrone bei sich haben. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das ganz oben, von wo wir quasi herkamen jetzt. Warum läuft es jetzt gerade darum? Ja, er geht aber nach oben. Ich nehme mal den Weg, wo ich die Leute schon alle umgebracht habe. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die nicht wiederkommen, aber... Och nö, jetzt wartet der nicht ernsthaft da unten. Kann der da nicht einfach zu mir kommen, wenn ich schon hier oben stehe? Jetzt mach hinne. Los, die sehen uns sonst noch. Jetzt mach schneller. Ich denke, du willst oben durch die Tür. Leider kann ich da wahrscheinlich nicht durch, wenn die Kugel nicht mit mir mitkommt. Wo ist sie denn da? Ich bin hier auch noch schneller als die Kugel. Das ist ja richtig doof. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt ein Buch mit uns geflogen oder was? So, wo willst du hin? Rechts, links, geradeaus. Und dann hinten geradeaus hoch, ne? Also, ich weiß nicht, wie lange die brauchen zum Wiederkommen, aber es scheint so, als ob die hier nicht wiederkommen. Bin mir nicht sicher. Obwohl das doch, meine ich, ein normales Verlies gewesen ist. Wird da die Tür? Ich hatte sie jetzt... Ach nee, wir müssen noch eins hoch, glaube ich, ne? Wir müssen hier hoch, oder? Ja, meine ich doch. Und wir kommen jetzt da hin. Das müssen wir jetzt sagen, weil das war immer ein bisschen blöd, meine ich. Ach, da geht's wieder rum. Hä? Achso, wir sollen unten rein, nicht oben. Na gut. Sie haben das vollkommen obskure durch diese Tür gebracht, Entsandte. Oh je. Hermäus Mora hat einen Wächterblick eingesetzt, um diesen Weg zu schützen. Wir müssen dessen Aufmerksamkeit ablenken, um diese Kammer zu durchqueren. Äh, das heißt was genau? Wir müssen die Dinger hier kaputt machen, nenne ich an, oder? Eine Periiterune, die nach Krankheiten stinkt. Oder aktivieren. Haben Sie so den Weg? Die Aktivierung der Rune... Die Sicht des Wächters erinnert an meine Geistersicht. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Seht, noch eine Rune. Findet und aktiviert die vermerkenden Rune, Entsandte. Aktiviert alle verderbten Götzen. Und wir sollten uns am Auge vorbeischleichen können. Hm, da komme ich wieder Rune, ne? Der Wächter scheint von diesen Periiterunen verunsichert zu sein. Der Wächter ist abgelenkt. Jetzt durch das Portal im Norden. Der ist aber nicht abgelenkt. Der kommt mir hinterher. Ach ne, der Wächter ist das Gräste, glaube ich, ne? Hallo? Das klang irgendwie eklig. Seht ihr, wie das Pulkrum bebt? Was wir suchen, ist in der Nähe. Noch ein Auge? Es sieht für mich wie alle anderen aus. Habt Vertrauen, Kranker. Dieses Auge birgt die Erinnerung an den Traum, den wir suchen. Bringen wir das hinter uns. Ich kann uns nicht viel länger zwischen den Wirklichkeitsschichten verbergen. Ah, Sterbliche des Schicksals. Ich will euch kein Leid antun. Kehrt um. Lasst uns unser Vorhaben zu ändern. Sie wagen es, eine von Hermäus Moras verbotenen Erinnerungen zu betreten? Wir müssen ihnen folgen. Lasst mich ein Portal öffnen. Hier. Genau. Geh vorsichtig vor. Durch die Energie hier und vollendes Kronis Manipulation in der Wirklichkeit. Ich wusste es. Wir sind nicht, wohin uns Leerameel bringen wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Das Zauberwissen sollte man am Kanten überlassen. Seht über uns. Das Auge von Mora. Leerameels Portal hat uns an die Decke gebracht. Ja, und nun? Da hinten sind Portale. Noch ein Portal? Ich wusste es. Vor allem des Kronis Manipulation der Wirklichkeitsschichten hat dafür gesorgt, dass Leerameels Zauber zersplittert ist. Nun tretet ihn durch. Und hoffentlich erreichen wir die gesuchte Schicht. Ja. Wie immer redest du zu lange. Ich wäre schon längst durch das letzte durch. Geht weiter durch die Portale. Kann ich nicht. Jetzt. Jedes Portal bringt uns einen Schritt näher an das Auge von Mora. Vielleicht ist Leerameel eine bessere Schaumabärkerin als Risa. Wieso? Weil wir so trotzdem ans Ziel kommen? Also wieso kann ich den nicht... Was ist das hier für ein Mist? Wieso kann man den nicht kaputt machen? Na jetzt. Wieso hat der jetzt gar keinen Schaden genommen? Was war das denn? Die Durchquerung verschiedener Wirklichkeitsschichten ist verstörend. Schnell, durch dieses Portal. Dieses ganze Kapitel ist sehr verstörend. Wenn dieses uns nicht dorthin bringt, lasse ich gleich Dinge explodieren. Oh ja. Aber bitte nicht mich. Endlich. Das Auge von Mora. Auf dem Steg über uns. Bist du, ja? Vollen Block schiebt der mich hier einfach weg. Wir müssen aber hier hoch, oder? Weil da hinten war auch noch ein Portal. Ja. Ja, genau. Wir haben es geschafft. Das Auge von Mora. Mit oder ohne Leravir, müsst ihr voll mit Kodo und Torre Saas nachsetzen. Betretet den Fokus, Mora. Setzt meine Geister sich an, um euer Ziel zu treffen. So, wo müssen wir jetzt hin? Moment, da ist unser Ziel, ne? Hab ich eigentlich noch Bafu drin, nur mal so am Rande? Ich glaub nicht, ne? Ist auch schon lange ausgelaufen. Hat so ein bisschen wenig Magiker hier. So transparent wie ich? Und seht, dort ist Torre Saat. Wir sind in einer Erinnerung von Hermaeus Mora, Sterbliche. Hier kann euch kein Leid geschehen. Nutzen wir diese Gelegenheit, um zu sprechen. Na gut. Wenn man mit Angelegenheiten des Schicksals zu tun hat, sind Treffen wie dieses unvermeidlich. Wisset, dass ich Torre Saat bin. Und wisset, dass wir in dieser Angelegenheit keine Gegner sein müssen. Ich suche nur einen uralten, kaum erinnerten Traum. Verlorenes Wissen, mehr nicht. Das Wissen, das ihr sucht, kann die Wirklichkeit vernichten. Haben euch das Hermaeus Mora und seine hochelfische Schergen gesagt? Könnt ihr euch eine Offenbarung vorstellen, die solche Macht hat? Nein, es geht darum, Geheimnisse zu bewahren, Wissen zu horten, Erinnerungen zu stehlen. Hermaeus Mora, der große Knauser im Reich des Vergessens. Dann erzählt mir mehr von dem Wissen, das ihr sucht. Alles, was ich habe, sind Bruchstücke eines Traums. Selbst Vermina konnte mir nicht helfen, mich an ihn zu erinnern. Doch wir erinnerten uns an genug, um so weit zu kommen. Hermaeus Mora hat uns dieses Wissen gestohlen. Ich will euch nicht schaden, Sterbliche. Ich will niemandem schaden. Aber ich werde die Wahrheit erfahren. Und wo ist Vollniskrone? Warum arbeitet ihr mit Perites Priester zusammen? Dem pompösen Sterblichen voller Krankheiten? Die Erinnerung wies ihn ab. Wir traten zusammen ein, doch ich stehe allein hier. Abgesehen von euch. Aber sorgt euch nicht um Perites Priester. Vollniskrone ist wacker. Es sollte ein leichtes für ihn sein, nach Nirn zurückzukehren. Und was jetzt, Torwesad? Ich werde meine Suche fortsetzen. Ihr aber solltet umkehren. Die Erinnerungen eines detrischen Fürsten zu durchstreifen, ist gefährlich für jemanden wie mich. Für jemanden wie euch wird eine solche Reise wahrscheinlich tödlich enden. Ich fände es schrecklich, wenn die Schicksalserwählte ein solch schmähliches Ende erleiden würde. Denkt an meine Worte. Eines habe ich als Telvanni-Magister gelernt. Wenn ein Dremora einem sagt, man soll nach rechts gehen, geht man nach links. Finden wir heraus, was diese Erinnerung enthält. Dann machen wir das doch. Gehen wir nach links. Obwohl, links ist immer schlecht. Lieber Mitte. Traumschnetzer. Los drehen Moraslam von Fürsten Vermina. Das sind Vermina-Zeichen auf den Mauern. ... Was mir jetzt schon clase. Shiaset ist die D Yang Cher. Achso, ich dachte, der bäumt sich jetzt noch mal auf. Äh, hier rum, ne? Hm, sollen wir jetzt hier weitergehen oder sollen wir da noch was erkunden? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir sollen hier noch was machen, ne? Erkundet die Erinnerung. Was soll ich denn hier... Hallo? Hier ist doch gar nichts. Hä? Ich gehe mal weiter. Mal gucken, ob sich das dann aktualisiert oder was. Es ist doch immer so blöd, wenn man da nichts machen kann, aber trotzdem... Aha. Es ist schon getan. Ihr werdet vergessen, dass all dies geschah. Alle werden das. Nur so kann die Wirklichkeit bewahrt werden. Seid verdammt, Mora! Nein! Ein Zauber, der die gesamte Wirklichkeit etwas vergessen lässt. Ich kann mir das kaum vorstellen. Nun kommt, wir müssen Torfesat finden. Okay. Okay. Das ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich vergessen hatte, mich zu reparieren zu lassen. Das heißt, meine Rüstung ist quasi fast komplett down. Aber das kriegen wir auch so hin. Wir sind ja Templer. Neben Zauberern ist das Beste, was man spielen kann. Sobald ich Verminas Statue wiederhergestellt habe, beginnt die Wiederherstellung der Erinnerung. Ihr solltet euch verteidigen, Sterbliche. Für die Wirklichkeit der Träume und Eisbeufe. Versteht mich mit dem Händler! Ja! 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 Die Erinnerung wurde verändert. Erwählte. Sprechen wir. Ich habe alle Hinweise auf diesen Augenblick gelöscht und auf alle Ereignisse, die zu jener scheußlichen Tat führten, die ich begehen musste. Doch ich konnte es nicht aus meiner eigenen Erinnerung tilgen. Und nun hat dieser Fehltritt. Und nun hat dieser Fehltritt bittere Früchte getragen. Was hat der Dremura euch erzählt, der Dremura? Was hat der Dremura euch erzählt, Erwählte? Vieles von dem, der Dremura euch hat erinnert. Vieles von dem, was ich horte, dient dem Schutz aller existierenden Ebenen. Dieses besondere Geheimnis, in dem muss vergessen bleiben. Selbst die kleinste Erinnerung gefährdet bereits die Wirklichkeit. Ihr sagtet, dass diese Erinnerung sich verändert hat. Doch, Versaat hat einen Weg gefunden, den Blick der Augen zu entgehen, die alles sehen, um in eine Erinnerung einzudringen, zu der er keinen Zutritt hätte haben dürfen. Und dennoch sind wir hier. Er hat wieder hergestellt, was ich vernichtet hatte. Und nun ist diese Erinnerung nicht mehr vergessen. Und dadurch wird sich die Wirklichkeit auflösen? Die Fäden sind zerfasert, aber noch nicht zerrissen. Torwesad und meine Feinde entsinnen sich eines Bruchstücks der Erinnerung. Doch das vernichtendste Geheimnis bleibt weggeschlossen. Kehrt zu euren Verbündeten zurück. Die Lage ist noch zu retten, sofern ihr und Leramiel zusammenarbeitet. Nutzt das Portal, um in Leramiels Studierzimmer zurückzukehren. Wir sprechen später. Leramiel? Hallo? Da seid ihr ja. Ich hatte Angst, ihr wärt in der Leere verloren, als mein Portal zersplitterte. Als mir die Gelegenheit geraubt wurde, einen Ort verbotenen Wissens zu betreten, war der Verdruss schier überwältigend. Ich habe Torwesad getroffen und wir haben Hermaeus Mora gesehen, wie er, weil Mina und der ganzen Wirklichkeit eine Erinnerung nahm. Oh, das Ereignis, das diese Schicksalslawine in Gang gesetzt hat. Solch drastische Maßnahmen wurden sicher aus gutem Grund ergriffen. Der Wissende erwähnte immer wieder die Auflösung der Wirklichkeit, falls wir in unseren Bemühungen scheitern. Was sonst habt ihr erlebt? Torwesad veränderte die Erinnerung. Er stellte, weil Minas Statue wieder her, die Mora zertrümmert hatte, um seinen Zauber zu wirken. Mora hat mir erzählt, dass die Schicksalsfäden zerfasert sind, aber noch können wir Apokrypha und nur in Retten. Dann wurde nur ein Teil der verlorenen Erinnerung wiederhergestellt. Der gefährlichste Teil des Geheimnisses ist noch verborgen. Sehr gut. Falls ihr vorhabt, euch an euren Vertrag zu halten und immer noch Niren und Apokrypha retten wollt, werde ich euch so gut helfen, wie ich nur kann. Hermaeus Mora meinte, wir können die Wirklichkeit noch retten, wenn wir zusammenarbeiten, Lehrer Mieren. Ja, und wir haben eine Kopfbemalung erhalten, Gesichtskunst des abgründigen Kephaliarchen. Und einen Fertigkeitspunkt. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.